Das passt eigentlich jetzt auch nochmal sehr gut, wo ich ansetzen wollte, weil du gemeint hast, du hast das aufgegriffen mit Meetings aufarbeiten, wenn man fertig ist und das ist glaube ich auch so ein Punkt wie dieser Deep Work Punkt mit, da muss man auch in vielen Fällen erstmal dafür vielleicht die Erkenntnis haben, ja, es ist tatsächlich gut, wenn ich mir die Meetings, die ich hatte, nochmal meine Notizen drübergehe oder nochmal das ganze Brainstorming durchdenke, weil ich glaube, da fällt man eben sehr leicht in die Falle und da passt ja natürlich das genauso als junge Führungskraft hinein, wo man vielleicht noch, wie du schon gemeint hast, noch nicht so dran ist mit diesem ganzen Management und man muss ja erst seinen eigenen Zeitplan sozusagen zusammenfinden mit seinem eigenen Körper. Kalendermanagement und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man das tatsächlich im Kopf behält, was man schon abgearbeitet oder durchgearbeitet und was nicht und da ist das natürlich prädestiniert dafür, dass man diese Meetingzeit sofort dupliziert auf eine timegeblockte Zeit, wo man dieses Meeting aufarbeitet.